Gut. Nein! HAA! Alter! Ja Münster, herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World. Wir sind in der vierten Welt. Es ist, so wie immer, viel zu laut. Denn wir haben uns jetzt da dann schon gewöhnt. Aus dem Weg... Ich hab schon Kumpelbande gelesen. Ja, die kann auch aus dem Weg, du. Äh, oh. Ich will eigentlich sagen, das wird bestimmt easy. Mit Peachy, ne? Super toll. Äh, wir werden es sehen. Aber das ist ja eigentlich nur ein ganz cooler, kleiner Miniboss aus dem... HAA! Okay, jetzt hab ich Angst. Ich möchte eigentlich ja nicht sterben, ne? Von daher... Alter, was mach ich denn? Weg damit! Kommt jetzt noch was? Nö. Aber es gibt doch so einen großen, glaub ich, ne? Ich glaube schon. Nice. Ja, Freunde, ähm... 3D World-Zeit ist schöne Zeit, ne? Ähm... Was soll ich denn jetzt sagen? Hä? Okay, ich hab... Ich hab ne lustige Geschichte zu erzählen. Eben... ...habe ich... ...getwittert. Und dann... ...hat mein PC gesagt, ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Und dann hatte ich links richtige Grafikfehler am Bildschirm. Ich dachte mir so, hä? Warum das denn jetzt? Warum das denn jetzt? Und ich weiß es nicht. Deswegen hab ich jetzt mal einfach den, ähm... ...das Antivirus-Programm... ...Tanz in der Wolkendisco. Das Antivirus-Programm hatten wir gemacht, ne? Ob wir mal sicher zugehen da, ne? HAA! Das war dumm. Als könnte ich keinen Takt verstehen. Eigentlich ist das Level ziemlich cool, ne? Bam, bam, bam. Ja doch, das Level ist eigentlich total cool. Oh Gott, oh Gott. Oh! Pass auf. Wir wollen keine einzige Kopie verlieren, ne? Wir sind ja hier sick. Wir überlegen ja alles. Wah, wah. Achtung. Pam, pauts. Stark. Äh, ja, dann geh ich hier hin. Wah, wah, wah. Sex. I. Tut mir leid, tut mir leid. Wir sind ja hier... Das war sehr dumm. Bin ich konzentriert? Hallo? 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 Hä? Äh, das ist... Ha! 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 Oh Gott, wie konnte ich mit allen überleben? Was zur Hölle? Ich sollte mich echt konzentrieren. Es sind drei, es sind zwei tolle Gesellen. Ha! Ja! Tapa, tapo. Shabri. Okay. Einfach mal still sein. Einfach still sein. Okay, cool. Nächste Kopie. Das wird so schief gehen. Wir werden alle absegeln. La, 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 la. Okay, cool, 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 wow. Oh Gott. Okay, okay, stehen bleiben. Ja, cool. Das hätte ich glaube ich schon so stehen bekommen können. Ha! Oh Gott. Oh Gott, ich bin ja so... Ich weiß nicht. Freunde. Ich sage die ganze Zeit, Freunde. Ja, was will ich euch denn überhaupt erzählen? Ich finde Trapierbord unterhaltsam. Es ist lustig. Überlebe ich den Sprung? Oh Gott, das ist dumm. Oh. Okay, ich kann ja jetzt den Dive, ne? Von daher... Puh. Alles gut. Äh, nein! Oh Gott, ich dachte... Ich will mich jetzt direkt angreifen. Wie viele habe ich eigentlich? Äh, kann ich zählen? Fünf. Fünf. Oh mein Gott, fall nicht runter. Hier ist eine Röhre. Eine Röhre. Komm, Peach. Einmal reinspringen. Sehr schön. Wundervoll. Was haben wir jetzt hier? Einen... Wie, Schalter? Mit, äh, einem Sternchen. Ja, das war klar. Dass es irgendwie Münzen sind. Oh, wie schwer. Ich... Ja, wenn ich jetzt einfach weggegangen wäre, das wäre ziemlich lustig gewesen. Nicht wahr? Ha, 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 ha. Ja. Äh. Ich habe. Hier, das geht doch nicht. Ihr seid ja viel zu kacke. Wa, 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 wa. Achtung. Wa. Ja, cool, cool, cool. Wa, 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 wa. Schaffe ich das? Oh Gott. Ich habe Angst, aber ich glaube, das ist machbar. Da. Zack, 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 ne? Und der letzte Stern ist hier, oder wie? Gut. Stark. Ja, aber ich möchte, dass wir alle zusammen stehen. Wir wollen ja hier alle ins Ziel bekommen. Okay, chill. Ja, cool. Ha. Okay, gut. Wieder sammeln. Hallo? Sammelt euch mal. Okay, das wird so schief gehen. Dam, 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 da, dam. Oh, ja, das wäre jetzt lustig gewesen. Ein letzter Sprung in den Tod. Ne, ha, 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 ha. Ich lache mich schlapp. Gut. Es kommt so, weiß ich, befremdlich rüber. Ich weiß auch nicht, warum. Als wäre heute irgendwie nicht so der Verbindungstag. Wisst ihr? Das auch nicht. Ach, guck mal, eine Doppelkirsche. Ist das nicht wundervoll? Ja. Äh. Isaac habe ich letztens gestartet. Ich habe letztens gestern. Nee, vorgestern. Glaube ich. Kam Isaac raus. Warum, wieso, weshalb? Und was habe ich mir dabei gedacht? Ein Abenteuer in den Trampolinbergen. Habe ich mir dabei gedacht. Natürlich. Nee, das Ding ist, ich habe eine Mod gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon im Part selbst gesagt. Äh, weil ich mir dachte, lol, mache ich das mal. Ist schon länger her. Ich glaube, letzten Juli. Juli 2020. Also, das stand auf jeden Fall bei den Dateien drin. Dass ich das auf jeden Fall um die Zeit gemacht habe. Und, ähm. Warum? Ich dachte mir, das wäre cool. Aber im Fall, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Na, vielleicht hat es nicht mit Lohnen zu tun. Ich bin froh, dass ich es fertig bekommen habe. Dass ich endlich sagen kann, okay, lol. Ich habe das fertig gemacht. Das ist schon, äh, was Cooles, du. Ist jetzt ein Item irgendwo? Oh Gott, oh Gott. Chill einfach mal, Mann, yeah. Ein Item wäre schön. Aber hier ist ja leider rein gar nichts. Ist eventuell was in diesem Baum? Natürlich nicht. Aber, rote Münzen. Achso, oh, ich dachte, ich habe die komplett falsch eingeschätzt. Oh Gott, bring dich nicht um. Wobei, ich bin ja sowieso groß mit der Blume. Und, äh, geht das natürlich trotzdem weiter. Ja, gut. Oh, das Spiel läuft ja momentan auch noch gut weiter, ne? Ich denke, ich denke, wir sind auch kurz vor dem Fertigwerden, weil, äh, ich weiß nicht, es wirkt irgendwie so. Weil wir das letzte Land bereist haben. Ja, das Spiel scheint nicht mehr so viel mehr zu haben, habe ich so das Gefühl. Aber irgendwann gibt es wahrscheinlich so eine Liste, wo man alle Insignien einsehen kann. Von daher, hoah, ja, das wolltest du jetzt nicht, ne? Oh Gott, scheiße. Das geht gar nicht so, wie ich das vorhatte. Chill mal, chill mal. Ha! Tja, ne? Blöd. Ist hier oben was? Nein, natürlich nicht. Oh Gott, war das dumm. Oder auch nicht. Ich habe es nämlich überlebt. Ha! Ja, stark. Aber ich glaube, hier kommt gleich die Passage mit den Punktkäfern, ne? Die stehen irgendwo, glaube ich, dann. Oder? Ne, das war, glaube ich, 3D-Land, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, okay. Was ist das jetzt hier? Aha. Keine Ahnung. Vielleicht, ich merke mir das einfach mal. Oh je. Okay, das ist nur eine Blume. Einfach nur eine Blume. Bam, 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 bam. Was haben wir hier? Hallo? Aber das ist doch bestimmt der Weg weiter, wenn es... Ich bin verwirrt. Oder hierhin? Aha, das letzte ist auch das Trampolin. Ha! Stark. Oder soll ich eher sagen, einfach? Ja, und was jetzt hier mit dem... Wie soll ich da hinkommen? Oh mein Gott. Ich glaube, man braucht hier die Katze. Glaube ich zumindest. Aber, äh... Ich habe es trotzdem geholt. Weil ich bin krass und ich kann das auch ohne Katze holen, ne? Aber die hatten wir hier gar nicht bekommen. Das wäre irgendwie ein bisschen frech, würde ich fast schon sagen. Ach doch, das ist die Passage hier. Ich wusste es. Ja doch. Oh, die kann ich von alle vernichten. Einen kleinen... Pumpkäfer-Mord begehen. Wollen wir sie einfach mal alle umbringen? Das doch. Das können wir doch mal akzeptieren. Kann ich hier... Oh Gott. Oh lol. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Chill doch. Einfach mal. Am Gepietchen ist das natürlich gar nicht mehr so cool, ne? Weil hier halt immer schweben, wenn ich halt den Spunkknopf gedrückt halte. Okay, die Zeit. Die Zeit macht... Wir stressen, Mann. Oh Gott. Okay, okay, cool. Ich hoffe, ich habe alles. Stempel, ja. Okay. Nein, doch nicht mitnehmen. Verrückte. Hallo. Stopp. Ja, ich weiß nicht, wo heute die Verbindung zwischen uns... hin ist. Ich weiß nicht so. Ich bin irgendwie nicht so richtig im Spiel eingeflossen, eingesogen, wie ich sonst immer bin. Aber das hat man auch mal, ne? Weil Lust habe ich schon. Also ich starte das Spiel, dann kommt die 3D-World-Musik. Ich bin so, ne? Aber das ist aber bei uns das Spiel wie so. Wobei ich immer mehr auf 3D-World-Bug habe, tatsächlich. Ich weiß nicht warum, ne? Aber es ist... Es ist einfach so. Ja. Ein Rätselhaus können wir noch machen, oder? Wollen wir... Ja, das schaffen wir sowieso noch. Vielleicht schaffen wir noch... Wir schaffen vielleicht sogar noch, die Welt fertigzustellen, ne? Ja, krass, Alter. Oh. Das sind diesmal mehr Challenges, ne? Raserei im Rätselhaus. Da flippe ich aber gleich aus. Okay, mal gucken, was wir hier haben. Ob wir hier sterben werden. Ich weiß es nicht. Chill mal. Cool. Chill mal. Cool. Okay, da wäre gut. Das ist easy. Ja, easy peasy, ne? Stark. Komm. Ich denke auch, dass wir die meisten sowieso schon direkt hinbekommen werden, ne? Ja, siehst du schon wieder. Vor allem, man ist jetzt viel, viel schneller. Ja. Wenn hier kein Abgrund ist, wird das easy. Stark, Alter. Okay, dass ich das überlebe, hätte ich nicht gedacht. Stark, auch wieder. Sick. Gleich die erste Hälfte bestanden. Ja, easy. Und easy. Was ist hier? Wow. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Und jetzt hier schnell machen. Ja, das können wir, ne? Schuii. Er hat ja fast über den Stern gesprungen. Warum habe ich gerade Schuii gesagt? Was zur Hölle? Macht der überhaupt Rensinn? Das, glaube ich, schien immer schwer. Und wenn man zu schnell war, genau, konnte man da einfach runterfallen. Ich glaube, beim letzten... Oh Gott. Okay, chill. Ja. Beim letzten Rätsel, es kommen alle Challenges. Kann das sein? Achtung. Achtung. Oh. Ho, ho, ho. Okay, da kann man einfach runterfallen. Achtung. Sick. Ja, das war einfach. Also, da kann man nichts anderes sagen. Das war halt übelst einfach. Aber manchmal muss man halt gucken. Okay, lol. Was will das Rätsel von mir, ne? Aber meistens ist ja nur bis... Also, meistens ist ja hier bei den Rätselhäusern ja eher jetzt so... Komm bis zum Ziel. Und keine wirkliche Aufgabe, ne? Wir haben schon 102. Ja, das ist natürlich cool, ne? Und die Uhrzeit sagt 14... Finde nicht 14.11 Uhr, sondern 14 Minuten und 11 Sekunden. Zumindest mal vor ein paar Sekunden. Äh... Welt 4 und 5. Die verlorene Stadt... Oh, hier gibt es etwas. Die verlorene Stadt in den Spike-Bergen. Hier gibt es ein Secret-Münz-Versteck, ne? Das habe ich auch letztens irgendwo auf YouTube gesehen. Äh... Da ich es aber halt alleine nicht holen kann. Soweit ich weiß. Man braucht, glaube ich, die Katze. Aber die kommen hier wahrscheinlich. Galumbas! Weg mit euch! Zack, 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 zack. Ich rede gleich davon weiter, ne? Hallo? Ja, hier kommen wir sogar. Das schöne Kätzchen. Vielleicht schaffen wir uns auch hier... Weil man ja schneller ist und allgemein wendiger. Gott, bitte verliere die Katze jetzt nicht. Brauche ich mich sowieso. Chill mal. Hier ist sowieso was, oder? Möchte Stempel? Ja. Klar ist der Stempel hier. Äh, Achtung. Ich möchte die Gegner ausschalten. Pauz. Äh, Röhre? Ich werde traurig und eh bin nicht mehr so. Seit Boses Freeway. Ja, okay, hier kann ich... Oh Gott. Hier kann ich es aber auch einfacher machen. Ja, siehste. Einfach die Gegner ausschalten. Achtung. Das war komplett dumm. Und unnötig. Aber okay. Chill. Da oben wäre bestimmt auch was gewesen. Na, wobei, ich weiß nicht. Kann sein. Muss aber nicht sein. Aber wir bekommen bestimmt nochmal eine Katzenglocke. Hoffentlich. Wenn nicht, dann... Hab ich vielleicht ein Problem. Doch, hier... Ja, easy. Oh, das war ein schönes Geräusch, du. Ist hier was? Das ist keine Katzenglocke, mein Freund. Das ist keine Katzenglocke, mein Freund. Ah, da habe ich jetzt aber Angst, du. Oh Gott. Alter, das war gefährlich. Oh Gott. Nein. Oh! Alter. Zum Glück gibt es die Rolle. Ach, du Scheiße. Ich habe gerade... Ich bin tot. Ja, hier braucht man die Katzenglocke. Weil hier rechts kann man nämlich hoch. Glaube ich. Dürfte man hoch können. Chill. Ach nee, ich glaube, das ist jetzt der Optional-Part. Das ist, glaube ich... Ist, glaube ich... Ist nicht mein Grünstern. Zumindest mal hier nicht. Ach, guck mal. Ja. Cool. 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 Ho! Ich glaube, hier. Hier ist, äh... Oh Gott. Der Grünstern. Weil hier sind wir groß genug und hüpfen auch hoch genug. Ich glaube, Peach hat sowieso Probleme, hier ranzukommen, ne? Ja. Und dann müsste ich... Das könnte auch mein Tod sein. Da habe ich es auch versucht. Und Stern. Lol. Also hier kann man auf jeden Fall hoch. Das müssen wir mit dem zweiten. Und hier kann man nicht mehr hoch. Das ist, glaube ich, viel zu hoch. Äh. Äh. Oder doch? War das jetzt wegen dem Stern? Hä? Also normalerweise ist es hier nur mit zwei Spielern möglich hochzukommen, glaube ich. Aber ich glaube, hier ist ein Secret Versteck. Genau, drei One-Ups. Und die sind, glaube ich... Oder? Ich glaube, die sind nicht mal markiert auf dem... Also es gibt ja irgendwie so eine Anleitung, so ein Manual, ne? Wo man immer reinschauen kann. Und da sind die, glaube ich, nicht mal markiert. Das Versteck hier. Ui, jetzt auf jeden Fall. Ich bin hochgekommen. Cool. Sterbe ich jetzt? Ne. Ich habe jetzt schon Angst bekommen, du. Oh, oh. Oh Gott. Die Gehörer können mir trotzdem die Katze dazu klauen, du. Ha! 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 Und? Pauz! Jetzt wird es immer schwierig, aber mit Peach, ne? Können wir natürlich hier wieder gelenkiger... Oh Gott. Gelenkiger umherspringen. Da ist der letzte Grünstern. Schaasch! Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich bin auch ein bisschen waghalsig, habe ich das Gefühl, oder? Vielleicht auch hier... Oh! Vielleicht jetzt auch hier oben was, ne? Auch möglich. Stirb. Und das Ziel ist unser. Ja, die Zeit sagt eigentlich... Ne, 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 ne. Die Zeit sagt ne, ne, ne. Aber ich sage doch, doch, doch. Weil ich glaube, das ist ja das letzte Level gewesen. Vom Castle, ne? Und halt jetzt aufzuhören wäre halt irgendwie ein bisschen blöd. Um ehrlich zu sein. Spike! Nice. Gut. Mal schauen. Vielleicht ist jetzt... Doch, doch. Ja, das ist... Oder hier unten ist noch was. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich wieder ein unterirdisches Toad-Haus. Was absolut wichtig ist, ne? Wir werden es sehen. Mal schauen. Und? Es ist... Ach so. Ach so. Ja, dann sage ich doch nochmal, wir sehen uns erst im nächsten Part, ne? Das ist natürlich jetzt fähig, ne? Das ist... Hält mir einfach hier die Scheiße runter. Was soll das denn? Ja gut, ich würde sagen, Freunde. Auch wenn wir heute nicht so gefunkt haben, ne? Wir funken im nächsten Part besser. Weiter. Auch, ne? Also würde ich sagen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt münzig und, ähm... Freut euch? Auf morgen. Glaube ich. Oder? Nein, freut euch auf gestern. Sehr schön. Bleibt münzig. Und tschüssi. Kowski. G预shirts. VINCE. VINCE. Vermschi.